Dann starten wir mal durch mit dem Nuzlocke. Das wird mein allererster sein, ne? Dann starten wir mit dem Charakter. Wie nennen wir uns? Ah, nennen wir uns einfach so. Lola. Das ist das erste, was mir eingefallen ist. Den Beutel werde ich sowieso gleich mal austauschen. Gut, dann wähle ich nach Zufallsprinzip aus. Auf der Seite, wo mein Charakter dann stehen bleibt, ist dann mein Pokémon. Und das ist die Wahl. Dann nehmen wir dich. Memeon. Jawohl. Nenne dich 001, einfach weil es mein erstes Pokémon in meinem ersten Nuzlocke ist. Was ist das? WUILD! Hiiii. Gut. So. Aquagnade! Los! Das war mein erster Encounter. Ja, jetzt zählt es. Jetzt ist es wurscht. Krieg ich nichts. Gut. Hauptsache Hopp will mir das erklären und da kommt Dallion. Ha, ich erkläre es dir. Nein, ich, 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 ich. Ich weiß, wie man ein Pokémon fängt. Ja, ich kann mein Pokémon fangen. Was wird mein First Encounter? Okay. Kame Ups. Ich schmeiß jetzt schon mal ein Pokéball, vielleicht kriege hierhin. Wunderbar. Endlich mein erster Fang. Bei den anderen habe ich versaut. So, wie nennen wir dich. Hm. Nennen wir dich. Christa. Nice. Honig. Ich werde natürlich nicht gegen diese Onyxen zu kämpfen. Erster Encounter. Ich hoffe es ist ein Weibchen. Es ist ein Weibchen. Nennen. Ha, 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 ha. Gut. Schmeißen wir direkt in den Pokémon erstmal. Bitte, 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 bitte. Okay. Komm. Pokémon. Nein! Das war... Das war mein erstes... Nein! Krista, das war so kurz! Du warst nur so kurz da! Dein Kleister! Dann schmeiß ich den Superball! Jetzt brauche ich ihn der Sass! Naja, ich habe noch genug... Aquavelle! Spitznamen für ein weibliches Vatribi! Du darfst die aussuchen! Es ist ein weibliches... Nein! Gibt es bitte einen weiblichen Namen? Nicht Gustav! Bitte! Egal! Das ist... Nein! Ist nicht Franz! Wir lassen es bitte auf weiblich! Nein! Nein! Kein Gustav! Komm schon! Ich gebe dir die Möglichkeit, ihren Namen zu geben! Ahhhh! Melanie! Okay! Dann wird's Melanie! Okay! Nee! Das hätte nicht sein müssen! Verdammt! Sowieso nicht! Wipfelscheinwald! Das regnet! Okay! Ein Schallquapp! Ja! Mein Angriff kann nicht mehr weiter sinken! Und ich bin sowieso als Spezialangreifer! Bleib drin! Verdammt! Bleib! 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 Ja! Endlich! Bleib! 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 Der heißt jetzt... Firz? Warum Firz und nicht Fritz? Weißer! Meinst du jetzt wirklich Firz oder Fritz? Nein, Firz? Okay, Firz! Okay, Firz! Keine Ahnung warum, aber okay! Nein, nicht Firz! Firz! Zuerst gesehen! Das ist schon die neue Zone! Es wird extrem stark, dann kann ich sowieso nicht fangen, dann darf ich weg! Fast! Dieser Charakter will einfach nur die Welt brennen sehen! Sieht einfach so abartig aus! So fabulous! Ich schaue ihn hinterher, sowieso eine Yandere! Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe! Natürlich! Hier! Oh! Eine Empfehlung vom Champ! Persönlich! So was sehe ich zum ersten Mal! Scharf beobachtet! Mein Name ist Hopp! Von innen steht Dillion's kleiner Bruder! Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ! Einen Moment bitte! Ich bin angemeldet! Trikotnummer! Was für eine Trikotnummer sollen wir uns aussuchen? Was für eine Trikotnummer? 88? Wirklich? 69? Warum frage ich nach? Okay! Schmerbe! Los fährt's! Netzball! Komm, 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 komm! Yay! Ich hab drei Wasser-Pokémon! Bald bin ich der neue Wasser-Rinner-Leiter! Ich hätte vier gehabt, wär's nicht verreckt! Ah, okay! Wie nennen wir unser Schmerbe? Ein weibliches Schmerbe? Wir kriegen fast nur Weibchen! Letzter Zeit kommt mir vor! Ida wollte ich! Gut, dann fangen wir dich! Fangen wir dich! Primärball! Komm! Wunderbar! Wunderbar! Jetzt hab ich ihn Fleckmon! Level 12 Fleckmon! So, wie nennen wir dich? Ein weibliches Fleckmon! Wirklich? Wirklich? Nennen wir dich Greta! Einfach so! Siehst du meine seelenlosen Augen nicht? Mordslust! Ui! 001 entwickelt sich! Sie werden so schnell erwachsen! Zuerst heulen sie nur rum und dann werden sie zum Emo! Man sieht meine Nummer nicht! So, ich hab dich ausgetrickst! Ich hab dich ausgetrickst! Ich hab dich ausgetrickst! Ah, du hast deinen Namen geändert, wie ich sehe! Die Trikotnummer 69 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab! He! He! Ah, geil! Man sieht meine Trikotnummer nicht! Ja, ich hab gewonnen! Und hier kommen wir! Jupp, die Nummer 69! Alter, diese seelenlosen! Augen! He! He! Eieiei! Da hätten wir schon unser nächstes Pokémon! Endlich kein Wasser-Pokémon! Cotini! Schauen wir mal mit einem Pokéball! Eieiei! 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 Eieie! EIEIEEE! Eieiei! So... Ein männliches Coutinho. Nennen wir es Klaus. Der Maulwurf war zuerst dran. Rotomorf! Jep, du gehst mir. Du bist ein reines Boden-Pokémon. So, ein weibliches Rotomorf. Marker. Den Encounter möchte ich machen. Fritzlblitz! Ein Fritzlblitz! Versuchen wir es direkt beim ersten Mal. Bitte, 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 bitte. Bleib drin einfach. Ja! Ohne zu kämpfen! Hm. Okay, was geben wir unserem weiblichen Fritzlblitz? Mein Name. Hera. Ich mache dich wieder tienes, Peache zu spen und ist weiterhin zu strategieren. Jetzt sẽ ich um deinen Platz dafür. Verbeunterjes. Bye! Rebeunter-unter. Bis zum nächsten Mal.